Hey, komm zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir haben heute ganz, ganz wichtige Spiele vor uns gegen Crystal Palace und danach gegen Aston Villa. Momentan stehen wir noch einen Punkt vor den Spurs, haben gleich viele Spiele und dementsprechend sieht es gut aus für unsere Euroleague-Träume. Und momentan steht Crystal Palace auf Tabellenplatz 14, Aston Villa, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, sogar noch tiefer. Es sieht also wirklich gar nicht mal so schwer aus, aber natürlich sind die Partien trotzdem sehr, sehr wichtig und wir schwächeln momentan ein bisschen. Dementsprechend müssen wir alles tun, um jetzt zu gewinnen, beziehungsweise die nächsten Spiele zu gewinnen. Es geht übrigens in der letzten Partie der kompletten Saison gegen die Spurs. Das heißt, es wird sich da wahrscheinlich alles entscheiden. Wir müssen diese Partie auf jeden Fall gewinnen, aber vorher müssen wir unsere Hausaufgaben machen und jetzt die nächsten beiden Partien heute gegen Crystal Palace und gegen Aston Villa gewinnen. Das wird alles andere als einfach, wie gesagt, die sind locker auch engagiert und wollen uns im Idealfall davon abhalten, in die Euroleague zu kommen, aber wir dürfen das nicht zulassen, dürfen uns gar nicht verunsichern lassen, müssen einfach unseren Stiefel runterspielen und wir haben die Qualität und wir haben die Gästenspieler dafür, um es irgendwie zu schaffen. Ich bin sehr gespannt darauf, ob das Ganze funktioniert. Ihr hoffentlich auch, wenn es euch gefällt heute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Links in der Videobeschreibung sind zu Instagram verlinkt. Da müsst ihr auf jeden Fall bei euch schauen, müssen wir das auschecken. Da werden auch in Zukunft Transferentscheidungen von Newcastle gefällt. Unter anderem vielleicht, wer weiß, mal schauen. Und Randy on Facebook und Twitter könnt ihr auf jeden Fall auch auschecken. Alles in der Videobeschreibung, es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt mal eure Meinung zur heutigen Episode rein und wir spielen dann direkt schon mal gegen Crystal Palace. Ich wünsche euch viel Spaß im St. James' Park und bis gleich. Die Heimstätte der McPie sind freudiger Erwartung der Crystal Palaces. Heute war es eine ganz wichtige Partie für Newcastle. Ein Punkt Vorsprung nur noch vor den Tottenham Hotspurs nach den durchwachsenen Leistungen letzten Woche. War heute ein definitiver Sieg nötig, um den Abstand zu wahren zu den Männern aus dem Norden Londons. Ansonsten würde es noch mal ganz, ganz eng werden auf dem Weg in die Euroleague. Zwar stammt man im FA Cup-Finale allerdings natürlich trotzdem der einfachere Weg über die Liga. Momentan hat man 23 Punkte Vorsprung bei Crystal Palace. Normalerweise sollte das eine machbare Aufgabe sein für die McPies. Aber die Palaces sind alles andere als schlecht und das wollten sie heute natürlich gegen die McPies beweisen. Wir springen rein in die Partie. Erste Aktion. Das ist Daryl Jammer. Zwei Minuten gespielt. Spielt den Ball nach vorne in die Spitze auf Ayose Perez. Da ist der auf Thauvin und der noch mal auf dem momentan so formschwachen Jan Mardt. Der aber mit einer guten Idee zurück auf Ayose Perez. 1 zu 0. So kann das noch losgehen. Fünfte Spielminute. Die McPies in Führung. Und das ging richtig, richtig schnell und viel zu schnell für die etwas langsamen und schläfrigen Defensive von Crystal Palace. Das war ganz, ganz stark gemacht von Daryl Jammer. Momentan so schwach in Form gerade defensiv. Absolut nicht zu gebrochen. Aber hier klasse Laufweg, klasse Pass auf Ayose Perez. Und beide grätschen den Ball. Und beim Letzteren kommt er dann sogar noch ins Tor rein. Also besser kann es nicht laufen. Crystal Palace war nicht geschockt. Versuchte zu antworten. Johan Kabay, ehemaliger McPie. Hier mit der Freischusschance. Aber das sah noch nicht so präzise aus. Noch deutlich über den Kasten der McPies gezielt. Andere Seite. Paul George und Tab. Setzt sich hier mal wunderbar durch auf der Außenbahn. Das sah viel besser aus. Die Flanke in die Mitte. Batschorji springt ein bisschen zu früh. Aber ansonsten wäre das vielleicht das 2 zu 0 gewesen. So hatte plötzlich dann wieder Crystal Palace die nächsten Chance. Einen Fehlpass von Daryl Jammer. Katastrophal. Ist dann nicht rechtzeitig bei Chung Young. Und Wickham mit der Latte. Ja, wie soll ich meine? Newcastle hilft die Latte. Wickham trifft die Latte. Das war ganz, ganz eng da. Normalerweise hat Elgert da keine Chance. So kann er die Beine noch zur Ecke abfausten. Die wird reingebracht von Jason Pancian. Und kommt auf Yannick Boulasi. Nochmal, ja quasi in die Mitte gespielt. Nochmal Boulasi. Und dann springt wieder ein McPie rein. Und kann gerade noch so verhindern, dass dieser Ball einsteigt. Nochmal eine Ecke wieder. Jason Pancian bringt den in die Mitte. Und das wird richtig gefährlich. Carlos Zambrano kommt an den Ball. Und der Ball ist plötzlich drin. MacArthur macht das Tor. 1 zu 1. 38. Minute der Ausgleich für Crystal Palace. Und das war einfach wieder ganz, ganz schwach verteidigt von Newcastle. Zambrano darf niemals so frei zum Kopfball kommen. Und dann kann Elgert den Ball zwar noch halten. Aber der lange Pfosten ist dann da. Und da fällt dann das Tor zum 1 zu 1. Und Palace machte weiter. Wieder Fehler von Daryl Yammer. Diesmal Pancian im schönen Zusammenspiel mit Wickham. Das sah richtig gut aus bei Crystal Palace. Dann der Ball auf Chung-Yong. Und der Versuchts wolle allerdings deutlich über den Kasten. Da hätten sie mehr draus machen können. So ging es mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit. Bei Newcastle ging gar nichts mehr. Hier sehen wir in der Offensive, da passierte nichts mehr. Und die Präzision fehlte vollkommen. Und daraus ergaben sich dann Kontergelegenheiten für Crystal Palace. Das ist Boulasi. Setzte sich erstmal gegen Vernaldum durch. Dann Jakabai gegen Yammer. Der müsste normalerweise viel langsamer sein. Hier, Yammer hat Vorsprung. Verliert trotzdem das Lauftür gegen den Franzosen. Flanke auf den Pfosten. Aber diesmal geklärt. Trotzdem war die rechte Seite Newcastles unglaublich anfällig. Yammer mit einer ganz, ganz schwachen Partie. Und dementsprechend wusste Crystal Palace, worüber sie spielen muss. Noch der nächste Angriff. Wieder nach vorne vorgetragen über die rechte Seite. Da ist Boulasi im Rücken von Yammer. Nicht gedeckt. Die Flanke Wickham. 2 zu 1. Plötzlich die Männer aus Crystal Palace in Führung. Und das war wieder so unglaublich schlecht von Daryl Yammer. Er hat das Stellungsspiel doch normalerweise seit Ewigkeiten verinnerlicht. Aber hier steht er viel zu weit vorne. Ist dann nicht mal im Ansatz bei Boulasi. Und der Kongolese flankt in die Mitte. Und lässt Wickham das Tor machen. Dementsprechend die Führung für Crystal Palace. Und jetzt brach Newcastle endgültig auseinander. Wieder die rechte Seite komplett vernachlässigt. Das ist Ledley mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Kabai mit dem Kopfball. Bekommt nicht mehr genug Druck hinter. Dementsprechend weiter ein 1 zu 2. Aber das war dann fast schon das Ende der Partie. Nochmal Chung-Yong mit der Flanke. Und wieder Kabai. Der nicht rechtzeitig rankommt. Dann im Endeffekt nicht mal geklärt die Situation. Sondern nochmal die Chance für Crystal Palace mit Lely. Der verzieht. Aber es war egal. Es war egal. Denn Crystal Palace gewinnt gegen Newcastle. Zwei Stellungsfehler von Daryl Yammer. Zwei haarsträubende Fehler der Defensive. Ja. Besorgen im Endeffekt den Sieg für Crystal Palace. Newcastle. Plötzlich hinter den Spurs. Zwei Punkte liegen sie jetzt zurück. Das heißt, man muss gegen Villa gewinnen. Überhaupt nicht die Chance zu haben. Am letzten Spieltag wieder aufzuholen. Vorausgesetzt die Spurs gewinnen natürlich. Aber das ist sehr wahrscheinlich. Denn sie spielen gegen Abstiegskandidaten. Und Newcastle dreht heute in der Defensive so auf. Gegen Aston Villa darf das nicht passieren. Wir dürfen gespannt sein. Es wird ein Herzschlag-Finale um die Euroleague. In der Premier League. Newcastle niedergeschlagen. Crystal Palace oben auf. Die nächste Partie gegen Aston Villa wird entscheiden. Für die Männer aus dem St. James' Park. Ich will da gar nichts zu sagen. Also ganz ehrlich. Ich habe ja gesagt. Jammert ist so eine Sache. Ja. Ich weiß nicht. Es ist. Ich mochte den eigentlich noch nie so wirklich toll. Aber er hat immer gut gespielt. Und diese Saison. Also gerade jetzt am Ende. Das ist absolut. Absolut scheiße. Ich weiß nicht. Was das soll. Ich weiß nicht. Warum der plötzlich so schlecht ist. Der ist nicht mal schlecht in Form. Also die Formkurve geht nicht runter. Müsste sie eigentlich. Tut sie nicht. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und ja. Es ist. Einfach. Einfach ärgerlich. Wir gucken mal so ein bisschen schon auf dem Transfermarkt rum. Yannick Westergaard ist ein Spieler. Für den ich mich sehr interessiere. Oder Wesergaard. Wie man ihn ja auch in Bremen nennt. Was ich sehr lustig finde. Was ich echt cool anhört. Das wäre ein Verteidiger. Den ich auf jeden Fall gerne bei mir hätte. An sich plane ich damit. Ja. Neben Dix noch einen weiteren Rechtsverteidiger zu verpflichten. Jan Mart abzugeben. Beziehungsweise Kurt Zuma auf der Rechtsverteidigerposition spielen zu lassen. Und Dix auszuleihen. Das heißt. Effektiv. Einfach noch einen Rechtsverteidiger zu holen. Zuma als Ersatz. Beziehungsweise Zuma als Innenverteidiger. Und Pogba als Ersatz für Zuma. Und sonst Zuma auch als Ersatz für die Rechtsverteidigerposition. Dix zu verleihen. Mal sehen. Ob das Ganze so funktioniert. Aber mit Jan Mart plane ich definitiv nicht mehr weiter. Ich bin gespannt. Was passiert. Der zweite Super-Innenverteidiger-Ersatz. Neben Pogba wäre dann Westergaard. Beziehungsweise die würden sich locker irgendwie abwechseln. Mit dem Bemba. Beziehungsweise Zuma dann. Ich bin gespannt, was da so passieren wird. Das Transferfenster ist bald da. Aber noch müssen wir uns auf die Liga konzentrieren. Und jetzt auf den Sieg gegen Aston Villa. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. Wir müssen den Sieg holen. Ansonsten sind wir raus. Dann müssen wir das Pokalfinale gewinnen. Sonst kommen wir nicht in die Euroleague. Es wird spannend. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Newcastle, Newcastle im Villa-Park. Das war das spannendste Spiel der Saison für die Magpies. Denn ein Sieg war dringend notwendig. Die Spurs hatten ihr Spiel gewonnen. Und dementsprechend die Magpies unter Zugzwang. Man musste unbedingt dieses Spiel gegen Aston Villa gewinnen. Sonst zu viele Punkte Rückstand auf die Spurs. Und die könnte man am letzten Spieltag dann nicht mehr mit einem Sieg gegen eben diese Männer aus dem Nordosten England aufholen. Wir sehen hier noch die veraltete Tabelle. Die Spurs mittlerweile mit 65 Punkten. Schlechteres Torverhältnis. Aston Villa auf Tabellenplatz 10. Das heißt für Newcastle eine machbare Aufgabe. Und natürlich trotzdem nicht das Einfachste der Welt. Und dementsprechend war es vonnöten, dass mit die beste Helf auf dem Platz stand. Unter anderem Kapitän Giorgino Vainaldum auf der anderen Seite. Der Spieler im Fokus ist Tyson. Brasilianer geholt von Shakhtar Donetsk. Bisher 34 Einsätze, drei Tore. Man hatte sich mehr von ihm versprochen. Aber er macht viele Vorlagen. Und genau das könnte heute die Magpies natürlich zum Verhängnis werden. Denn wenn er heute Vorlagen macht, dann sieht das nicht gut aus. Weil dann kassieren sie ja Gegentore. Und die müssen auf der anderen Seite auch schießen. Momentan haben sie da so ein bisschen Ladehemmung. Wie auch zuletzt. Da sah es in der Offensive gegen Crystal Palace gar nicht gut aus. Bei ersten Villa im Tor. Gusen davor Bakuna. Jorges Okore, Maika Richards und Jordan Amavi. Jordan Veretout im Mittelfeld zusammen mit Carlos Sanchez und Jill. Dann in der Offensive Thinclare zusammen mit Tyson. Und natürlich mit Jordan Ayu. Das sieht an sich nach einer starken Helf aus. Bei ersten Villa auf der anderen Seite natürlich nochmal ein bisschen nominell stärker. Unter anderem stand Kohlberg in der Startelf. Zu dem müssen wir gleich nochmal kommen. Im Tor Rob Elliott davor Daryl Janbad. Nach seinen katastrophalen Leistungen zuletzt trotzdem in der Startelf. Zuma Chan und Haidara kompletierten die Defensive. Veynaldum zusammen mit Kohlberg und Perez da vorne in der Dreierreihe offensiv. Natürlich wieder das französische Trio. Thorvald Michi Bacuayi und Paul Georges. Und warum das für Kohlberg gerade so besonders war. Gegen Ersten Villa hat er sein Premier League Debüt gemacht. Und es war gerade für ihn natürlich als Spieler, der bei Sunderland seine Karriere gestartet hatte. Nachdem Newcastle in der Premier League nach seiner Jugendleistung nicht wollte. Und er zurückgekehrt war zu Newcastle. Unglaublich wichtig, einen Erfolg mit der Mannschaft zu holen. Dementsprechend einzuziehen in die Euroleague. Und das sah richtig gut aus am Anfang. 1 zu 0. Ayose Perez. Dachten viele. Aber es zählte nicht. Es war eine Abseitsentscheidung und es war eine Fehlentscheidung. Perez bei der Ballabgabe von Michi Bacuayi auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger. Das Tor hätte zählen sollen. Newcastle wäre in Führung und alles wäre vielleicht anders verlaufen. So waren sie ein bisschen unsicher und mussten weiter nach vorne pressen. Das ist Paul George und Tep. Newcastle warf schon früh in der Partie. Alles nach vorne. Wir sind gerade mal 33 Minuten drin. Und trotzdem schon viele in der gegnerischen Hälfte. Bacuayi kommt nicht ganz ran. Dann momentan so ein bisschen Ladehemmung beim Belgier. Er trifft nicht mehr, wie er will, wie er am Anfang halt gekommen ist. Und auf der anderen Seite gab es dann die erste Chance für Ersten Wille. Das ist Kurt Zinkler. Natürlich wieder mal nicht angegriffen von Daryl Jammert. Emre Can muss da hinkommen. Und dann ist Amar wieder und versucht es. Und Haidara muss sich in den Schuss werfen. Der Linksverteidiger in der Mitte bzw. auf der rechten Seite gebraucht. Und ist Gott sei Dank da. Wir sehen es in der Wiederholtung. Das war ein starker Schuss. Der wäre wohl reingegangen. Eigentlich bringt Haidara den Ball von seiner Flugbahn ab. Und dementsprechend rettet der Newcastle erstmal das 0 zu 0. Es ging weiter. Das war eigentlich schwach geklärt von Jose Pérez. Der versucht alleine zu gehen und den Ball gegen Okore. Dann verliert in Zusammenarbeit mit Bakuna noch. Das ist dann der Ball zurück auf Bakuna auf der Außenbahn. Der flankt in die Mitte. Das wird ganz gefährlich. Und im Endeffekt kann Jammert dann nur auf Kosten eines weiteren Eckballs klären. Der brachte nichts mehr ein. Es ging in die Halbzeit mit 0 zu 0. Newcastle musste gewinnen. Und bisher sah das in der Offensive abgesehen vom Abseits-Tor noch nicht so gut aus. Ersten Wille machte den Job, spielte gut nach vorne. Thijs war noch unauffällig. In der zweiten Halbzeit sollte sich das aber ändern. Denn jetzt kam Ersten Wille immer gefährlicher nach vorne. Newcastle musste Räume aufmachen und die nutzten die Villains. Und kam dementsprechend gefährlicher vor den Kasten von Rob Elliott. Der jetzt richtig was zu tun bekam. Das ist Scott Sinclair. Der setzt sich hier außen durch. Keiner ist so wirklich bei der Defensive. Und dann ist plötzlich einer da. Und das ist natürlich Sanchez. Und der macht das 1 zu 0. So schnell kann das gehen. 53. Minute. Ganz, ganz bitter für die McPies. Wieder mal über die Seite von Derby Jammert. Der da nicht in den Zweikampf reinkommt. Und da muss ein Innenverteidiger rausgezogen werden. Dann ist ja klar, um drauf zu gehen. Und dann ist in der Mitte Sanchez vollkommen frei, weil Can nicht richtig aufpasst. Und es steht 1 zu 0. Newcastle wechselte sofort. MGT reagierte, brachte mit Chantel im Member für Daryl Janmert. Und mit Adam Armstrong für Thoroughb. Pace für die Offensive. Und Stabilität für die Defensive. Janmert also erstmal draußen. Und es kam direkt richtig Schwung rein in die Partie. Das ist Armstrong gerade eingewechselt. Versuchte direkt nach vorne zu spielen. Die starke Flanke in die Mitte. Und da ist Batshuayi. Aber sein Kopfball noch am Tor vorbei. Trotzdem näherte sich Newcastle immer weiter dem Tor an. Das ist Fainaldum. Wieder auf Batshuayi. Und er versucht es auf die kurze Ecke. Gusen mit einer klasse Parade. Wehrt den Ball zur Ecke ab. Es wurde immer brenzliger für die Villains, die jetzt in der Defensive wackelten. Die Ecke von Can noch geklärt hier. Aus der Mitte von Carlos Sanchez. Das war noch in Ordnung. Es war übrigens Tyson, der den Ball klärte. Aber es gab noch einen Eckball. Wieder reingemacht von Emre Can. Wieder auf den ersten Pfosten. Und diesmal setzt sich Perez durch im Kopfballdell auf der Linie. Gerade noch so geklärt von Bakuna. Es war unglaublich bitter. Es wurde dann die Situation geklärt. Aber nicht endgültig. Sie wackelt in der Defensive. Batshuayi abgewährt. Gusen. Und da ist Koubek. 1 zu 1. Plötzlich war Newcastle wieder dran am Dreier. Und das sah richtig gut aus, wie Koubek diesen Ball in Manier eines Weltklasse-Stürmers gerade noch so antizipierte, dass er da hinkommen würde. Und abstaubt zum 1 zu 1. Und jetzt waren die Villains komplett verunsichert. Und Newcastle drückte nach vorne. Doppelte Balleroberung von Richards gegen Richards. Zusammen von Veynaldum und Batshuayi. Und Batshuayi hat ganz viel Wiese vor sich. Und er weiß, was damit anzufangen. Und zwar das Tor. 2 zu 1. 79. Minute Doppelschlag der McPais. Und plötzlich waren sie wieder dran an den Spurs. Trotzdem hatten sie wieder die zwei Punkte Rückstand, die sie auch vor der Partie hatten. Und das dank des Doppelschlags. Einmal von Koubek und einmal von Batshuayi. Gerade als Vorlagengeber. Den Ball konnte Gusen halten. Bei diesem hat er keine Chance. Wunderbar in die lange Ecke. Klasse Tor. Aber jetzt waren sie sich zu sicher. 86. Minute. Zouma verliert das Kopfballduell. Und dann können sie den Ball nicht endgültig klären. Hier ganz, ganz schwach in kooperationellen Rücken gespielt. Sinclair kann sich irgendwie durchsetzen gegen Zouma. Die Flanke in die Mitte. Und da steht Libor Kotzak der Tscheche. Und stürzt Newcastle ins Tal der Tränen. Der Ausgleichtreffer im Villapark. Und das in der Nachspielzeit. Effektiv schon natürlich war es ja die 87. Minute. Aber Newcastle spielte nur noch nach vorne. Eston Willa stellte sich hin ran, um die Höhlen der Niederlage in Grenzen zu halten. Und dann kommt dieser Konter komplett unnötig. Und in der Mitte ist wieder keiner bei Kotzak. Und er macht das Tor. Und er stürzt, wie gesagt, Newcastle ins Tal der Tränen. Es blieb beim 2 zu 2. Es passierte nichts mehr im Villapark. Newcastle mit 5 Punkten Rückstand. Mit 4 Punkten Rückstand. Entschuldigung. Auf die Spurs. Es gibt keine Möglichkeit mehr, über einen Sieg selbst gegen die Männer aus Tottenham irgendwie noch ranzukommen. Man muss das Pokalfinale gewinnen, um in die Euroleague zu kommen. Batschua hieß klasse Leistung, reichte nicht aus. Daryl Janmacht und Sumas defensive Fehler, defensive Patzer. Ja, bringen Newcastle das Unentschieden gegen Villa. Die bleiben weiterhin 10. Und Newcastle kann die Euroleague-Hoffnung zunächst einmal bis zum Pokalfinale im FA Cup gegen Liverpool im Emirates begraben. Also das war wirklich das schlimmste und bitterste Szenario, was überhaupt ging. Wir schaffen es. Wir schaffen es, das 0 zu 1 noch umzukehren in 2 zu 1. In halb von 2 Minuten, das sieht alles gut aus. Und dann kommt so ein scheiß Bug, dass ich ihm in den Rücken schieße. Und dementsprechend, ja, schaffen wir es dann nicht mehr, das 3 zu 2 zu erzielen. Und sind raus aus den Euroleague-Hoffnungen. Das heißt, das letzte Spiel gegen die Spurs wird nicht ganz so spannend, aber immerhin nochmal ein Leistungsindikator, beziehungsweise wir gucken nochmal, ob es überhaupt möglich gewesen wäre. Selbst mit einem Unentschieden würde ja nicht reichen. Wir müssen ja gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann war es im Endeffekt auch egal, weil dann hätten wir es so oder so nicht geschafft. Natürlich trotzdem bitter. Die Motivation ist jetzt nicht mehr ganz so da, wie wenn wir jetzt gewonnen hätten gegen Eston Villa. Aber ich denke mal, im Pokalfinale haben wir gute Chancen. In der Liga haben wir Liverpool 3-0 weggeklatscht. Das können wir auch im Pokal schaffen. Das wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Das wird in der nächsten Episode stattfinden. Und wir starten in der nächsten Episode auch schon die nächste Saison. Wird entsprechend auf jeden Fall relativ spannend, auch mit neuen Transfers und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch an der Stelle jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und schaut mal. Haut rein. Und schaut mal. Haut rein.